Herzlich willkommen zur Folge 3 meiner Divi-Reihe. Heute legen wir Seiten an, denn wir brauchen Seiten, um überhaupt ein Menü zu erstellen. Das heißt, der nächste Schritt nach den sieben Optionen ist jetzt tatsächlich die Seitenstruktur erstellen. Du hast dir natürlich hoffentlich vorher schon Gedanken gemacht und jetzt gehen wir einfach mal in den Bereich Alle Seiten. Hier gibt es eine Seite, die standardmäßig von WordPress da ist und wir erstellen jetzt einfach mal eine neue. Wir nennen die jetzt einfach mal Startseite und veröffentlichen die. Dann erstellen wir eine weitere Seite, die heißt zum Beispiel über mich veröffentlichen. Wir erstellen eine weitere Seite und die nennen wir jetzt einfach mal Kontakt. Veröffentlichen die. Dann brauchen wir vielleicht noch eine Seite mit Workshops. Veröffentlichen diese. Dann brauchen wir noch unsere rechtlichen Seiten. Wir brauchen eine im Impressum. Veröffentlichen. Ich füge jetzt hier auch noch keinen Inhalt ein, weil wir jetzt als nächsten Schritt tatsächlich erst mal das Menü anlegen. Datenschutz. Fällt mir noch irgendeine ein. Was könnte man noch machen? Machen wir noch eine Seite Leistungen zum Beispiel. Ich finde den Namen zwar immer langweilig, aber egal. Das kann man ja auch später noch ändern. Wenn wir uns jetzt alle Seiten anschauen, dann haben wir hier jetzt diese Seiten. Eine gute Seitenanzahl, ich sage immer so ein Menü, sollte sieben Menüpunkte plus minus zwei. Also maximal neun, je nachdem wie breit das Logo ist. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wenn man zum Beispiel das Logo links hat. Wenn man sich dafür entscheidet, das Logo links zu haben, dann ist man rechts immer ein bisschen eingeschränkt. Weil wenn das Browserfenster sehr schmal ist, dann wird das sehr schnell zweizeilig im Menü. Das sieht immer ein bisschen doof aus. Fünf bis sechs oder sieben ist okay. Die Menüpunkte sollten immer nicht zu lang sein. Das nimmt alles immer Platz weg. Und hier dieses Sample Page, die legen wir jetzt im Papierkorb. Die brauchen wir nämlich jetzt nicht. So, jetzt haben wir die Seiten angelegt. Und was jetzt passiert ist, wir haben jetzt hier das Logo. Wir haben das letzte Mal das Logo und das Favicon eingestellt. Und jetzt sieht das halt hier so aus. Er hat jetzt erstmal alles da oben reingemacht, was er hat. Auch unsortiert. So möchte ich das natürlich überhaupt nicht haben. Und was er auch noch reinmacht, sind zum Beispiel die Kategorien. Um das jetzt zu strukturieren, brauche ich jetzt erst nochmal was anderes. Genau, weil was wir jetzt machen, wenn ich zum Beispiel keinen Blog als Startseite haben will. Genau, was noch fehlt, jetzt fällt es mir gerade ein, wir brauchen natürlich noch eine Blogseite. Die nennen wir jetzt einfach mal Blog. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir eine statische Website, also eine statische Startseite machen wollen. Das heißt, wir wollen da vielleicht irgendwie ein großes Bild, ein paar Informationen. Und der Blog ist einfach nur ein Untermenü. Und wir lesen auf der Startseite nur ein paar Blogartikel aus. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal, das sind jetzt WordPress-Einstellungen. Und das finde ich hier unter Einstellungen, Allgemein. Ne, das ist falsch, unter Einstellungen lesen, sorry. Standardmäßig, weil WordPress eben eine Blog-Software ist, ist standardmäßig immer deine letzten Beiträge angegeben. Wir möchten aber jetzt eine statische Seite und wir wählen aus und sagen, okay, die Startseite ist meine Startseite. Alles andere lassen wir. Beim Divi brauchen wir hier auf der Beitragsseite tatsächlich nichts auswählen, weil in Divi funktioniert das alles mit Modulen. Wir lassen das einfach so, wie es ist. Eine Geschichte noch, solange ihr noch im Arbeitsmodus seid, könnt ihr hier an dieser Stelle auch gleich Suchmaschinen davon abhalten, diese Website zu indexieren. Das heißt, Google, es wird jetzt ein kleiner Text geschrieben. Google liest ihn und sagt, dass er dieser Seite nicht folgen soll. Das heißt nicht, dass er es nicht macht, aber es gibt zumindest eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass Google das so akzeptiert und nicht in den Index aufnimmt. Weil wir wollen ja noch nicht, dass jetzt irgendwas nach außen geht. So, Änderungen übernehmen. Und wenn wir jetzt da hingehen, ist jetzt die Startseite, da ist ja noch nichts drin, ist jetzt die Startseite, wird als standardmäßig Startseite angezeigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier hingehe, dann bin ich auf der Datenschutzseite und wenn ich jetzt auf das Logo drücke, bin ich wieder auf der Startseite. Weil das standardmäßig so eingestellt ist, dass wenn man aufs Logo drückt, dass es dann immer auf die Startseite geht. So, das war jetzt erstmal der Part, wie man Seiten einrichtet und wie du eine Startseite festlegst.